Wie erstelle ich ein fachgerechtes Innengewinde in einen Flachstahl? Für das Innengewindeschneiden benötigst du einen dreistufigen Gewindebohrersatz, Vorschneider mit einem Ring am Schaft, Mittelschneider mit zwei Ringen und dem Fertigschneider ohne Ring, ein Windeisen, einen Flachwinkel, einen Putzlappen und Schneidöl. Der Flachstahl wird so in den Schraubstock eingespannt, dass seine obere Fläche über den Schraubstockbacken liegt. Der Vierkant des Vorschneiders wird in das Windeisen eingespannt. Dann wird der Vorschneider in das Bohrloch gesteckt. Damit ein gleicher Druck am Gewindebohrer entsteht, muss das Windeisen mit beiden Händen gleichmäßig belastet werden. Um ein Rechtsgewinde zu schneiden, muss das Windeisen in Uhrzeigerrichtung gedreht werden. Damit das Gewinde gerade in den Flachstahl geschnitten wird, muss nach kurzem Anschnitt mit dem Flachwinkel die Rechtwinklichkeit des Gewindebohrers zweimal um 90 Grad versetzt überprüft werden. Jetzt einen Tropfen Schneidöl zugeben und den Putzlappen unter das Werkstück klemmen. Hiermit soll die Unfallgefahr vermieden werden, dass das Schneidöl auf den Boden tropft. Das Schneidöl transportiert die abgeschälten Späne aus dem Bohrloch, verringert die Reibung zwischen Material und Gewindebohrer und erhöht die Oberflächenqualität. Um den abgeschälten Span zu brechen und den sich aufbauenden Druck zu verringern, sollte man das Windeisen einer Halbumdrehung in Uhrzeigerrichtung drehen und dann wieder so weit zurückdrehen, bis der abgeschälte Span gebrochen ist. Diesen Vorgang über die gesamte Gewindebohrerlänge wiederholen. Dann den Gewindebohrer aus dem Bohrloch drehen. Diesen Vorgang mit allen drei Gewindebohrern wiederholen. Zum Schluss mit Druckluft das Gewinde reinigen. Das Innengewinde ist fertig geschnitten. Das Innengewinde ist fertig geschnitten.